und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich dass ihr einschaltet zu der aller 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 letzten news hier im jahre 2019 wir haben einiges mit dabei wir haben neues von tram münchen da gibt es ordentlich ärger ein neues addon für lotus wurde angekündigt und sebastian meldet sich zurück aber auch endlich mal news von der c2 stadtbus familie das alles und mehr erfahrt ihr jetzt natürlich hier in den news fangen wir am besten jetzt erst mal mit sebas an denn hier gab es am 24 12 neuigkeiten rund um diesen simulator der ja doch eigentlich in letzter zeit noch ein bisschen verschollen geblieben ist mit dabei natürlich drei neue bilder am 24 12 wurde dieses ganze veröffentlicht insklusive mit drei neuen infos rund um sebas als erstes schrieb man hier das implementierte fahrbahn system hat die ersten test durchlaufen es wird editierbar sein ihr könnt eure fantasie also freien lauf lassen oder ihn immer an die aktuellen fahrpläne anpassen info nummer zwei der große stern siegesäule dient nicht nur den linien 100 und 200 als querverbindung sondern kann auch in der freien fahrt von euch genutzt werden genauso wie der tiergarten tunnel info nummer drei die im grundspiel verfügbaren busse werden der scania citywide der vdl ctr und der doppeldecker mann lion city dd in klammern neoman a39 sein zusätzlich werden alle von euch bereits installierten dlc busser aus fernbus simulator und touristboss simulator auch in sebas verfügbar sein sebas soll der neue ultimative öpmv bus simulator werden den es gibt laut aussage von tml studios wir sind mega gespannt die bilder die man dazu schon gesehen hat das sieht auf jeden fall mega vielversprechend aus und vor zwei jahren auf der gamescom konnte man das ganze herr anspielen und auch da machte es einen ganz soliden eindruck obwohl man da noch nicht sprechen konnte das ist das ultimative alles ist lassen wir uns hier also weiterhin überraschen wie das ganze hier weitergeht mit sebas release termin ist noch nicht bekannt aber 2020 ist ja jetzt schon in greifbarer nähe mal gucken vielleicht haben wir dieses jahr denn noch glück dran münchen hat ja sein dlc veröffentlicht oder ein neues update veröffentlicht mit der tram typ m und hier gab es natürlich ordentlich kritik allerdings auf beiden seiten für die fürworter und die gegensprecher die das ganze halt alles nicht toll gefunden haben was hier passiert ist ursprünglich war die tram typ m eigentlich nur für vorbesteller gewesen die das ganze vor einem bestimmten datum gekauft haben haben die christelkind tram umsonst bekommen also haben noch dazu bekommen als kleines dankeschön jetzt ist es aber so dass jetzt nach mehreren sales tram münchen im angebot war jetzt am kurz vor weihnachten jetzt veröffentlicht wurde und dementsprechend alle diese tram bekommen haben also hier von kein wort mehr dass es nur für bestimmte leute zur verfügung war jetzt allerdings hat es jetzt im lotus forum das ein oder andere ja gespräch entfacht explosion entfacht und hier hat sich jetzt der marcel aus dem lotus forum gemeldet und hat folgendes gesagt ich zitiere damit keine missverständnisse auftreten die entscheidung gegen eine weiterführung des supports von wir er produkten erfolgt unsererseits wir erwarten dass die kostenfreie nutzung unserer plattform für werbezweckung uns nicht zum nachteil gereicht das bedeutet wenn ihr jetzt in neuigkeiten rund um münchen tram sucht seid ihr jetzt bei auf der offiziellen lotus forum seid ihr jetzt an der falschen adresse denn dort wird es wahrscheinlich zukünftig nichts mehr so in dem rahmen geben also hier müsstet ihr wahrscheinlich eher auf die facebook seite zurückgreifen wenn ihr immer mit frischen updates informiert werden möchtet sonst gibt es hier an sich kein support mehr im offiziellen lotus forum harlicon hat auch wieder ein paar bilder veröffentlicht und hier sieht es nach einem neuen ki dlc pack aus allerdings gibt es da noch nicht viel zu sagen hier hat man einfach so ein bisschen was dazu geschrieben ein neuer dlc von harlicon wer kauft so spät durch nacht und wind es ist der vater mit der g klasse mein kind mein sohn warum bürgst du so bang dein gesicht siehst vater du die s klasse nicht mein sohn mein sohn mein sohn ich sehe es genau die kiste gibt es nicht nur in grau so viel dazu was man dazu gepostet hat es gab mehrere facebook einträge und jedes facebook einträge bürgte neue bilder und einen neuen spruch was ist damit auf sich hat ist jetzt zum aktuellen zeitpunkt noch nicht klar allerdings sehen wir hier offiziell lizenzierte fahrzeuge das fällt schon sehr stark auf dass wir hier mercedes mit ins spiel bekommen ob es jetzt ein ki pack ist oder wenig fahrzeuge eventuell später vielleicht sogar selber benutzen können darüber wissen wir leider noch nichts müssen wir also weiterhin abwarten auf jeden fall sehen die fahrzeuge eigentlich gar nicht mal so schlecht aus im lotus discord hatte jemand ein bild gepostet was ein neues addon dastehen sollte der lotus addon nf6 und den haben wir uns auch gleich mal geschnappt bei uns zu uns auf dem discord geholt und gefragt wie sieht es aus möchtest du dein produkt nicht mal bei uns vorstellen mein erstes lotus erweiterung der preis des addons wird 9,95 euro nach der veröffentlichung sein es beteiligen sich drei personen an der entwicklung hierbei handelt es sich um das addon nf6 wird es ein realistisches fahrverhalten haben soll eins zu eins der sound übernahme hohe qualität unmodernisierte version und anpassbare texturen das ganze kommt jetzt 2020 für den lotus simulator raus wir drücken natürlich den den entwicklern da die daumen dass das auch ein schönes addon wird an sich freue ich mich sehr dass lotus hier weitere addons bekommt wenn wir uns auf jeden fall auf das jahr 2020 definitiv freuen und zu guter letzt leute zu guter letzt haben wir mal wieder was neues aus der c2 stadtbus familie allerdings nicht das was ihr euch gewünscht habt denn die c2 stadtbus familie erscheint nicht mehr 2019 grund ist hier hier aus einem discord gespräch also aus einem aus einem einer klärung raus von einem dietmar der das ganze hier dementsprechend gepostet hat heißt es dass es nicht mehr dieses jahr kommen soll so damit endlich schluss mit der fragerei und zukünftigen debatten ein ende haben die c2 stadtbus familie wird dieses jahr nicht mehr erscheinen wird sie im januar erscheinen keine ahnung wird sie im märz erscheinen keine ahnung oder wird sie im april erscheinen keine ahnung und so weiter und so fort wir zögern den release nicht absichtlich heraus wir freuen uns genauso wie ihr den bus veröffentlichen zu können der c2 wird so lange in entwicklung bleiben bis es ein addon ist welches euren ansprüchen gerecht wird und backfrei ist diese zeit müsst ihr dafür bezahlen sonst muss ich leider so hart schreiben seid ihr nicht die die unser anliegen verstehen greift dann einfach zu bestehenden produkten zu beschwert euch dann aber bitte nicht über deren qualität oder ähnliches und wünscht ihr dementsprechend noch einen guten rutsch ins nächste jahr also so wie es wie es am anfang eigentlich schon so gedacht hatten war es klar gewesen dass dieses addon es nicht mehr schafft die beta phase begann viel viel zu spät um das ganze halt so schnell noch hoch zu pushen dass es vielleicht dieses jahr noch erscheint es war denn auch schon zu lange ruhig um das um die c2 stadtbus familie gewesen aber jetzt haben wir eigentlich gewissheit dieses jahr also die letzten beiden tage die jetzt noch kommen wird es die c2 stadtbus familie nicht mehr geben man hat auch keinen neuen release termin hier bekannt gegeben sobald wir natürlich dort nähere infos haben wenn wir euch das ganze hier natürlich gleich preis geben damit ihr natürlich dementsprechend nicht noch länger warten müssen oder suchen müsst oder wie es jetzt hier an der stelle weitergeht und damit kommen wir auch zum ende unserer news das war es hier so ist ja doch einiges noch gewesen es ist vorbei 2019 und was muss man sagen wir hatten eigentlich ein richtig richtig tolles jahr die news sind sehr sehr gut angekommen an der stelle vielen vielen dank für euer support dass die öpnv news hier doch schon so kleinen bestandteil hier auf öpnv simulation haben finde ich super klasse dadurch dass es eigentlich mal nur so ein kleines testprojekt war mit den öpnv news bin ich natürlich sehr sehr zufrieden damit dass das ganze gut ankommt ich werde versuchen im nächsten jahr das ganze noch ein bisschen weiter auszubauen vielleicht ein bisschen mehr visuell anzupassen aber sonst denke ich mal wird dieses ganze format so bleiben bleiben wir werden auch das ganze weiterhin immer sonntags veröffentlichen weil manchmal ist es halt einfach so dass du samstags immer noch eine news durchrutscht und dann können wir das natürlich dementsprechend sonntags auch noch mit aufnehmen und wir müssen dementsprechend halt auch nichts ändern ihr könnt euch denn auf den sonntag dann halt immer auf die nächsten news freuen ja und damit wünsche ich euch allen einen guten rutsch ins neue jahr rutscht gut und gesund rein verletzt euch nicht lasst die böller liegen die schon mal gebrannt haben und dann ausgegangen sind lasst es einfach liegen zündet sie nicht normal an und sonst kauft euch erst gar keine böller denn seid ihr sowieso auf der sicheren seite und ihr schleudert euer geld nicht unnütz halt einfach auf die straße könnt ihr auch einfach das geld nehmen und einfach hinschmeißen knallt zwar nicht aber ist der gleiche effekt deswegen wünschen wir euch jetzt hier allen ein frohes neues und wir sehen uns denn zu den nächsten news im jahre 2020 hier auf öp nv simulation wieder ich verabschiede mich bedanke mich sage ciao tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss